Ich beweise euch heute, dass Drogerie-Make-up mindestens, wenn nicht sogar besser als High-End-Make-up ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal ein bisschen was anderes für euch, denn ich habe ein paar Produkte, einige Produkte bei mir hier in der Sammlung, die ich recht selten zeige. Ich aber glaube, dass sie euer Make-up so ein bisschen in eine andere Richtung bringen können. So langsam verzieht sich die dunkle Jahreszeit und wir nähern uns der Zeit, wo man abends vielleicht mal weggeht, wo man abends vielleicht ein schönes Event hat. Und ich wollte heute einen High-End-inspirierten Look, so einen typischen Yves Saint Laurent YSL-Beauty-Look mit Drogerie-Make-up schminken. Denn ich glaube, dass wir damit sehr, sehr tolle Sachen machen können und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klutzekleines bisschen aufheitern kann. Ich will auch gar keine Zeit verlieren. Wir hüpfen direkt in dieses Video rein. Bevor wir mit dem Make-up losgehen, gebe ich einmal an Maxim, der ein bisschen Pflege braucht. Mittlerweile habe ich es euch schon sehr, sehr oft gesagt, wie wichtig die richtige Pflege und vor allen Dingen auch das richtige Abschminken ist. Und vielleicht habt ihr meinen TikTok gesehen. Ich habe einen TikTok zum Thema Double Cleansing gemacht, um euch zu zeigen, wie wichtig es ist, sich richtig zu reinigen. Und ich weiß, dass viele, viele, viele Mäuse von euch lediglich nur Abschminktücher benutzen. Und in dem TikTok habe ich euch gezeigt, wie schlecht das für eure Haut ist. Denn die Abschminktücher reizen nicht nur eure Haut durch die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sondern sie sorgen auch einfach nicht dafür, dass die Haut richtig rein wird. Und dafür gibt es das sogenannte Double Cleansing. Das ist ein sehr schöner Begriff für die Reinigung in zwei verschiedenen Schritten. Und der erste Schritt ist der für mich schönste. Und das ist das Oil Cleansing. Und dazu benutze ich immer den The Calm Balm von Jeboda. Der pflegt schon mal die Haut, während ihr euch abschminkt. Und sorgt wirklich dafür, dass alle ölbasierten Produkte und Verschmutzungen sich lösen. Also Make-up, Talg geht so ein bisschen weg. Alles, was auf der Haut sitzt. Ihr merkt richtig, wie das Make-up wegschmilzt. Im Anschluss nehme ich die dann einfach ab und reinige mein Gesicht mit dem The Double Bubble. Denn hier ist auch noch mal Salicylsäure mit drin. Das schäumt schön auf. Es reizt nicht die Augen. Das ist ganz, ganz toll, weil ich dann auch wirklich vorsichtig an meinen Wimpern langgehen kann und Mascara wegnehmen kann, ohne dass meine Augen danach trocken sind oder brennen. Große, große Empfehlung. Und die Kombination aus beidem sorgt wirklich dafür, dass eure Haut sauber ist. Und lasst euch gesagt sein, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Gefühl von Die Haut fühlt sich so richtig sauber an. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Gefühl, wenn die Haut so spannt und so richtig ausgemergelt ist. Das habt ihr beim Double Cleansing nicht. Denn die Haut wird, während ihr euch reinigt, zeitgleich gepflegt. Im Anschluss habe ich dann auch noch den Repair Hero genommen. Der sorgt einfach noch mal dafür, dass schön viel Feuchtigkeit in die Haut kommt und die Haut richtig schön genährt ist. Und damit habt ihr eine sehr einfache, aber trotzdem effektive Reinigung für eure Haut. Und ich sage es immer wieder, euer Make-up kann nur so gut sein, wie eure Reinigung auch so ist. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Video auch wieder in Zusammenarbeit mit Hipoda entstanden ist. Denn ihr könnt mit meinem Code eine Menge Geld sparen. Ich verlinke ihn euch unten. Und falls ihr sagt, okay, Maxim hat jetzt sehr, sehr oft schon über Hipoda gesprochen, ich habe mich aber noch nicht getraut, freue ich mich. Denn es gibt jetzt endlich Minis von den Produkten von Hipoda. In kleineren Größen, entweder perfekt zum Verreisen oder wenn ihr sie einfach mal ausprobieren wollt. Nichtsdestotrotz habt ihr natürlich eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Aber da habt ihr nochmal die Möglichkeit, noch ein bisschen weniger zu Hause auszuprobieren. Da habt ihr nochmal die Möglichkeit, zu Hause alles auszuprobieren. Und zwar die komplette Reihe. Ich empfehle euch auch wirklich die komplette Reihe, weil alles immer sehr aufeinander aufbaut, wie ich finde. Ihr habt immer einzelne Step-Symbole mit drauf. Step 1 bis, je nachdem welches Set ihr euch auswählt, 5, 6, 7, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Hautpflegeroutine ausbauen könnt. Und vor allen Dingen, gerade wenn ihr euch noch nicht so gut auskennt, mit was kommt wann, in welcher Reihenfolge, hilft euch die Poder da sehr. Die Produkte sind alle selbstverständlich vegan und cruelty-free. Und ich verlinke sie euch unten einmal gerne. Meine Haut fühlt sich richtig, richtig schön jetzt an. Und ich würde vorschlagen, jetzt können wir auch mit dem Make-up weitermachen. Ihr seht das, die Pflege ist super schön eingezogen. Wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Und das ist der Maybelline Perfecta 4 in 1 Glow. Das Ding ist so ein bisschen tricky, wie ich finde, weil ich den in der falschen Farbe gekauft habe damals. Der gibt der Haut aber einen sehr, sehr schönen Look. Also mein Ziel ist es, so einen sehr glossy, high-end Look zu machen. Ich blende euch hier ein Bild ein, so wie es am Ende aussehen soll von mir. Und wir probieren. Du hast es jetzt hinzukriegen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Dieses Ding ist phänomenal. Das gibt der Haut so einen leichten Tint. Für viele wird es wahrscheinlich sogar schon reichen anstelle einer Foundation. Ich mische das ganz gerne so ein bisschen runter. Es ist farblich ein bisschen zu dunkel, aber es hinterlässt sofort einen frischen Look. Einige wird es sicherlich freuen, dass der Cloud Skin Trend wieder zurück ist. Ich habe mich noch nicht ganz damit anfreunden können. Das ist ein sehr natürliches Make-up, aber trotzdem Full Coverage und wieder matt. Ihr kennt das Spiel. Macht das, was euch am besten gefällt. Es ist völlig egal, ob es matt oder glowy oder wie auch immer ist. Ich finde, dass es aber bei meiner Haut immer sehr schön aussieht, wenn sie einfach so ein bisschen frischer ist. Deswegen gebe ich mir das Schätzchen ganz leicht hier rauf. So ein bisschen als Grundlage. Und ich verblende es jetzt auch noch gar nicht, denn ich wollte euch was zeigen. Ihr kennt mit Sicherheit alle den Milk Hydro Grip Primer. Das ist ein guter Primer, aber mittlerweile bin ich ehrlich mit euch. Der von Elf ist einfach besser. Ich finde ihn nicht nur besser, weil er preisleistungstechnisch besser ist, sondern er ist einfach besser. Er hält besser. Er ist nicht so aggressiv zur Haut. Das Make-up hält genauso lange. Und das ist eine... Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Bildschirmzeit. Deine Bildschirmzeit war letzte Woche 42% weniger. Glaube ich nicht. Es ist ein wirklich super, super gutes Produkt. Was ich damit aber ganz gerne mache ist, ich benutze ihn nicht als Primer, sondern ich gebe mir einen Pumpstoß... So, machen wir mal einen auf meinen Handrücken und mische eine Foundation rein. Und Tatsache, habe ich lange gesucht und habe es auch gefunden, ein Dupe zu der Nars Light Reflecting Foundation. Und zwar ist das die L'Oreal Paris Perfect Match Nude. Und aufpolsterndes, getöntes Serum mit 1% Hyaluron. Und was ich damit sehr, 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 sehr gerne mache ist, ich mische das direkt in den Primer. Ihr werdet jetzt sicherlich denken, hm, ist aber vielleicht nicht so gut. Probiert es einfach mal aus, weil ihr damit A, erstmal einen Schritt spart. Ihr nehmt ein bisschen Deckkraft aus der Foundation mit raus. Und die Haut sieht, ich weiß nicht warum, aber sie sieht viel, 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 viel natürlicher aus. Und es geht einfach super schnell. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel. Ihr fragt mich ganz, ganz oft nach diesem Pinsel. Das ist von Laetitia Lemak, der N15. Der ist ein bisschen teurer, das ist auch kein veganer Pinsel, aber der ist phänomenal. Und schaut mal, wie schnell ich einfach über mein Gesicht gehen kann. Ich nehme jetzt einen Schwamm und blende das alles so ein bisschen ein. Und habe eine sehr natürliche Base. Und ich finde, dadurch, dass ich den Primer mit reingemischt habe, sieht das Make-up nicht so glowy aus, aber auch nicht so trocken. Also wenn ich euch gleich näher ranhole, dann werdet ihr erkennen, dass das Make-up sehr natürlich aussieht. Jetzt fällt mir gerade auf, dass ich eigentlich heute mit den Augen starten wollte. Ich hoffe, dass es klappt, weil es wird ein sehr, 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 sehr dunkler Look. Egal, wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Wir machen heute so eine kleine Challenge. Und schauen mal, wie das Ganze wird. Aber die Haut durch die Pflege natürlich sieht super, super schön aus. Das ist ganz verrückt. Also wenn ich mir auch jetzt nochmal die Kombination nah anschaue. Ich habe es noch nicht mit der L'Oreal und dem Elf Primer getestet. Es ist wirklich so, dass ich jetzt theoretisch keinen Puder mehr brauchen würde auf dem Gesicht. Weil es nicht so stark reflektiert, wie ihr es vielleicht sonst kennt. Sondern einfach, das hält. Das ist wie... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn du... Nee, ist auch doof. Probiert es aus, ihr werdet sieben. Und es funktioniert eigentlich mit fast jedem Primer. Achtet bitte nur immer so ein bisschen darauf, auf welcher Basis der Primer ist. Also mittlerweile sind es recht wenige Produkte, die auf Ölbasis sind. Viele sind mittlerweile auf Wasserbasis. Aber mischt keine Primer und Foundation auf Ölbasis. Schaut euch einfach die Inhaltsstoffe an. Und was an erster, zweiter, dritter Stelle steht, ist die Grundbasis. Meistens ist dann der Aqua oder Dimethikon oder Calendula, Extractula, whatever. Wir lassen das Ganze jetzt erstmal einmal kurz so. Sodass es richtig schön in die Haut einziehen kann. Weil wir heute einen Fokus eher auf die Augen legen wollen, wollte ich das hier benutzen. Das ist ein Eye Stick, der No Butch Eyeshadow Stick von e.l.f. Der war aus der Cookies & Cream Limited Edition. Im Prinzip könnt ihr jeden Kajal benutzen, den ihr wollt. Ich habe den jetzt aber gewählt, weil... Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der ist zwar schwarz, aber hat so silberne Glitzerpartikel mit drin. Und ich will den gleich ganz, ganz besonders kombinieren. Deswegen gebe ich den jetzt einmal komplett auf mein Auge. Es wird sehr, sehr dunkel heute. Den gibt es aber bei e.l.f. im Standardsortiment auch in allen anderen Farben. Und ich finde, das ist etwas, was ich auch persönlich viel zu selten mache. Vielleicht macht ihr das öfter als ich. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, diese Eye Sticks zu benutzen. Die meisten Profi Make-Up Artists machen das tatsächlich. Die gehen erst mit so einem Lidschatten-Stick lang und dann erst mit dem Puder-Lidschatten, weil der dann natürlich noch viel, viel länger hält. Und vor allen Dingen im Alter. Catrice hat sehr, sehr tolle Sticks rausgebracht mit dem neuen Update vor einigen Wochen. Es ist einfach super einfach, die Dinger zu benutzen. Und ich weiß, dass viele von euch Mamas oder Papas sind und sehr, sehr schnell morgens sehr, sehr schnell sehr viel Effekt haben wollen. Und dafür sind diese Sticks immer sehr gut. Also probiert die von Catrice gerne mal aus. Ich nehme jetzt auch meinen Finger und tupfe das Ganze erstmal so ein bisschen flach. Und habe eine Lidschatten-Palette von Tumtum Beauty The Classics. Das Ding bei der Palette ist so ein bisschen schwierig. Also der Konturton ist krass zum Konturieren. Den will ich jetzt aber gar nicht so in den Fokus setzen, sondern das Schwarz. Das ist das krasseste Schwarz, was ich habe in der Drogerie. Und man kann viele Sachen mit der Palette einfach machen. Es ist eine sehr, sehr schöne Palette. Ich finde den Blush ein bisschen zu kühl und den Bronzer ein bisschen zu warm. Aber die Lidschatten sind 1A. Und deswegen nehme ich jetzt einen kleinen Packing Brush und fixiere diesen No-Budge Eyeshadow mit Schwarz. Wenn es jetzt Fallout gibt, ist es völlig egal. Ich möchte heute einen Luxus-Look schminken. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Paris Fashion Week Look ist immer extrem düster und extrem fokussiert auf die Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt. Aber ich will euch einfach damit beweisen. Und ich meine, die meisten von euch folgen mir schon eine ganze Weile. Ihr werdet das wissen. Aber ich glaube, dass viele, die unsere Community noch nicht kennen, immer so ein bisschen Vorurteile gegenüber Drogerie-Make-Up haben. Und ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Wenn man sich länger als 5 Jahre schminkt und Produkte aus der Vergangenheit kennt, die einfach nicht so gut sind. Aber es ist einfach anders geworden. Komplett anders. Mit dem fluffigen Pinsel gehe ich ganz leicht in das Schwarz mit rein. Und blende jetzt hier rüber. Das Schöne bei Smokey Eyes ist, ihr braucht nicht viel Farbe. Schwarz reicht. Alles, was jetzt runterfällt, nehmen wir gleich mit dem Kosmetiktuk mit ab. Und dann haben wir einen echt krassen Look. Der ist aber noch nicht fertig, Freunde. Ich habe nämlich noch etwas, was alles ändert. Der einzige Nachteil, der Smokey Eyes hat, ist, ihr braucht sehr, sehr viele Pinsel, damit ihr nicht zu dunkel werdet. Ich wechsle wirklich, je weiter ich nach außen blende, den Pinsel immer wieder, dass ich nicht zu viel Schwarz nach außen blende. Alles, was jetzt hier rausgeht, soll kein neues Produkt mehr mit sein. Es sieht immer so ein bisschen messy aus und ich bereue es auch gerade sehr, dass ich nicht erst die Augen gemacht habe. Aber das ist egal. Es wird ein bisschen Black Swan, aber glaubt mir, Freunde, ich finde, ich weiß, vielleicht könnt ihr es mir sagen, ich weiß gar nicht, wann schwarzer Lidschatten diesen Ruf, diesen Gothic Ruf bekommen hat. Ich kann es nicht verstehen, weil es gibt nichts Edleres als einen schwarzen Lidschatten für mich. Mit einem feuchten Kosmetiktuch, da bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, ich wickele das so ein bisschen um meinen Finger, spanne und ziehe einfach nur einmal hoch. Hier kann ich noch ein bisschen. Dann nehme ich einfach wieder die Foundation und gebe das hier lang. Wie gesagt, wenn ihr noch keine Foundation drauf habt, ist es ein bisschen einfacher. All right. Und so sieht das Ganze echt spannend aus. Ganz, 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 ganz wichtig. Eine Sache, die ich oft sehe ist und auch von mir kenne, manchmal ist man zu faul, dann noch die Augenbrauen zu machen. Aber gerade bei so intensiven Looks, Freunde, glaubt mir, ohne Augenbrauen, ist das Ganze nicht fertig. Ich habe auch so ein bisschen, ihr werdet es gleich sehen, das ist jetzt hier ein Liner, ein Augenbrauenstift von Art Deco. Ich habe tatsache auch für mich Art Deco einfach nochmal neu entdeckt, weil, also mein Herz schlägt für Drogerie-Make-up. Aber ich liebe natürlich auch High-End-Make-up, weil es einfach, es ist bougie, es gibt dir ein gutes Gefühl. Aber für den Alltag möchte ich Produkte, die mir das Finish von High-End-Make-up geben. Weil, das muss man dazu sagen, High-End-Make-up-Brands einfach oft immer noch besondere Finishes haben. Und ich glaube, dass es noch ein bisschen dauert, bis die Drogerie auch wirklich überall diesen Vibe kriegt. Aber bis dahin mische ich so ein bisschen. Dafür ist Art Deco sehr, 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 sehr gut. Der nächste Trick, wird euer Make-up wirklich noch ein bisschen aufwerten. Denn, ich sage es oft, aber ich glaube zu selten, probiert wirklich Farben zu wiederholen. Sei es dieselbe Farbe als Blush wie auf den Lippen. Deswegen benutze ich jetzt schon als Blush den Lippenstift. Und das ist eine Farbe, die ich üblicherweise nicht unbedingt als Blush benutzen würde. Deshalb von Max Factor. Auch Max Factor ist so eine Drogerie-Marke wie Art Deco, wie ich finde, die sehr luxuriöse Effekte erzielen. Das ist ganz, ganz schwierig. Falls ihr die Produkte kennt, könnt ihr mir sicherlich folgen. Das ist jetzt aus der Prijanka-Kollektion die Farbe 018 Kaffee Latte. Ein sehr nudiger Ton. Ist jetzt nicht unbedingt die Farbe, die ich als Blush üblicherweise benutzen würde. Am Ende zählt aber so ein bisschen das Gesamtergebnis. Und da möchte ich euer Blick ein bisschen verschärfen, das Gesamtergebnis zu betrachten. Ich nehme auch hier so ein Stippling-Brush. Mensch, sehr dezent. Also du kannst ihn kaum wahrnehmen. Aber das Gesamtergebnis ist das, was am Ende wirklich zählt. Man sagt ja auch so oft, trust the process. Also vertraut dem Prozess des Make-ups, weil es zwischendrin immer so ein bisschen unschön aussieht. Oder wo man denkt so, das ist dein Look. Aber am Ende denkt man sich so, wow, das ist ein Look. Ich fixiere das Ganze mit dem Coty Airspun Powder. Ich habe es für mich wieder entdeckt. Ich habe es eine ganze Zeit lang nicht benutzt. Ich weiß gar nicht warum. Aber im Moment benutze ich das sehr gern. Ich gucke mal, ob ich dieses Puder finde. Dann verlinke ich es euch unten. Es gibt es nur bei Amazon. Ich habe es noch nie im Laden gesehen, in Deutschland zumindest nicht. Und ich glaube, dass es das auch nicht mehr gibt. Also es wird zwar angeblich noch produziert, aber ich habe keine Ahnung wie. Und das hält halt richtig auf. Es riecht sehr, sehr rustikal, um es freundlich auszudrücken. Okay, kommen wir nochmal kurz zur Art Deco, weil ich hier ein Produkt habe, was auf dem Standardsortiment ist. Das ist der Bronzing Powder Compact. Long Lasting Refillable. Das macht Art Deco mittlerweile, glaube ich, bei allen Compact-Produkten, dass du diese Pfändchen einzeln kaufen kannst und nicht mehr diese großen Verpackungen brauchst. Ihr seid aber immer auf der Suche nach einem guten Contouring-Produkt. Hier habe ich eins. Das habe ich jetzt auch eben zufällig gesehen. Das hat zwei Seiten. Ist immer so ein bisschen schwierig, das zu benutzen. Ich swatch euch aber mal beide einzeln. Hier. So, der Schweigefuchs. Einmal den wärmeren und einmal den kühleren. Der ist recht kühl, was man damit aber sehr, sehr gut machen kann. Wenn ihr auch so eine kleine, faule Maus seid wie ich morgens. Oder generell, wenn ihr einfach... Das hat ja nichts unbedingt mit faul zu tun, sondern mit keine Zeit morgens. Jetzt probiert das aus. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, gehe hier einmal rein, gehe hier einmal rein, habe das Produkt auf dem Pinsel und arbeite mir das erst in die Hand ein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das gut mischt und nicht zu viel habt, weil das sehr pigmentiert ist. Und dann setze ich das hier hin. Und diesmal, weil es eher so ein High-Fashion-Look werden soll, so ein bisschen Bella Hadid is Shaking, viel, 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 viel diagonaler. Nicht unbedingt da, wo mein Wangenknochen ist, sondern parallel zu dem Augen-Wing, zu dem Lead-Shut, zu dem, was heißt das, zu dem Liner. Weil ihr dadurch das ganze Gesicht so ein bisschen, ich finde, ja, Parisien-chick. Das haben wir damals in der Uni gelernt. Das war so ein Begriff bei uns in der Uni. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr mir da folgen könnt. Und Parisien-chick ist halt dieses sehr, es sieht ein bisschen albern aus, aber das im Make-Up-Bereich ist das wirklich krass, weil ihr damit einfach komplett die Gesichtsform nicht komplett ändern könnt. Aber ihr könnt damit einfach spielen. Und ich glaube, ihr seht sofort das Ergebnis. Die Farbe ist übrigens sehr, sehr gut. Das ist halt dieses Brontering, dieses Kontur-Bronzing. Zu kalt ist es nicht, es ist aber auch nicht zu warm. Und das sieht immer sehr, sehr schön aus. Jetzt machen wir das Ganze noch am unteren Wimpernkranz. Die sind halt immer ein bisschen unpräzise, aber ich mag das. Und dann nehme ich mir einen ganz, ganz kleinen Pinsel und blende das Ganze aus. Ich nehme jetzt nicht noch unbedingt ein neues Produkt. Ich finde, das reicht. Seid aber gewiss, lasst es euch gesagt sein, ihr müsst unbedingt, wenn ihr schwarze Lidschatten oben habt, auch unten welchen benutzen. Ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, welche Drogerie-Produkte ihr sogar besser als High-End-Produkte findet. Dann nehme ich einfach so ein bisschen Puder unter meinen Augen weg und die Base ist fast fertig. Ich habe jetzt ein Produkt. Ich bete jeden Abend dafür. Nicht ganz, aber ich würde mir es sehr wünschen, wenn das Produkt in Standard-Sortiment kommt. Das ist der Bouncy-Highlighter von Rivalazony. Viele werden ihn sicherlich zu Hause haben. Das ist ein sehr, sehr gutes Dupe zu den Fenty Beauty Diamond Bomb Highlightern. Wenn ihr den Fenty Beauty schon habt, könnt ihr den dafür sehr gerne benutzen. Der hat eine durchsichtige Base und sehr, sehr groben Glitzer. Ich liebe das massiv, diesen glitzerigen Look. Aber ich zeige euch jetzt, warum der so schön aussieht. Erstmal kannst du den hier nur so leicht rüber dusten und die Haut ist sofort nass optisch. Und ich finde, dass dieser grobe Glitzer, vor allen Dingen, wenn man abends weg geht, sehr edel aussieht. Du kannst dir den komplett aufs Dekolleté geben, du kannst den in deine Haare geben, du kannst es ins Gesicht geben. Und wenn das Licht gedimmt ist und immer nur so ein leichter Funken von deinem Make-up glitzert, das sieht so verdammt schön aus. Deswegen nehme ich einen fluffigen Pinsel, gehe hier rein und setze mir den Ton auch komplett auf mein Lid. Das war schon viel zu viel. Und jetzt ist das Ganze nicht mehr ganz so dunkel. Das Licht, wenn es ein bisschen weniger ist, wenn ich weiter nach hinten gehe, ist es nicht so doll. Und dann komme ich nach vorne und das ist einfach so ein Boom. Das ist kein Look. Also, juduju. Ich würde den nicht im Alltag tragen, den Look. Ganz gewiss nicht. Aber, wenn man mal abends auffallen möchte, ist das was. Und mein Ziel war es auch, so ein bisschen zu übertreiben natürlich und zu zeigen, was man mit Drogerie-Make-up für Effekte auch erzielen kann natürlich. Weil ich glaube, dass das viele immer so ein bisschen unterschätzen. Sehr, sehr edel. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich will noch eine Lippenkombination machen. Drei Produkte. Entweder ihr nehmt einen Augenbrauenstift. Ich habe jetzt hier einen Liner von Art Deco. Der ist sehr, sehr, sehr gut. Die Farbe ist sehr toll. Das ist der Soft Lip Liner in der Farbe 131. Geht so ein bisschen in die Pillow Talk-Richtung von Charlotte Tilbury. Kommt meiner Lippenfarbe sehr nah. Ihr seht ihn fast nicht. Und das ist das Schöne. Wenn ihr einen Lip Liner findet, der eurer Lippenfarbe sehr nah kommt, könnt ihr getrost auch ein paar Millimeter übermalen, ohne dass man es so richtig sieht. Also, ihr seht ja kaum einen Unterschied zu meiner Farbe. Ein bisschen von dem Priyanka Lippenstift in der Farbe 018 Kaffee Latte. Dadurch wiederholt sich wieder der Ton als Blush auf den Lippen. Und ein Gloss. Ich finde, dass der Hype ist mittlerweile so ein bisschen weg. Schade drum. Sie sind trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Das sind die Lifter Glosse von Maybelline. Ich habe den jetzt hier in der Farbe 04 Silk. Passt auch farblich perfekt. Ganz, ganz wichtig. Nur oben auftragen, einmal schmatzen und den Lippgloss nicht nach außen lassen. Ich habe das neulich in einem Podcast gesagt oder in einem Video, was bald online kommt. Lippgloss, je weiter außen der Lippgloss ist, desto unschöner und unsauberer sieht es aus. Sieht dann immer aus wie so ein bisschen Spucke. Aber schaut euch bitte einmal kurz diesen Look an. Das ist viel. Ich verstehe es. Aber das ist purer Luxus-Look. Also, ich weiß nicht warum, aber dieser Parisienne Luxus-Schick Luxus-Vibe sieht einfach immer sehr schön aus und stellt dir jetzt, weiß ich nicht, bei mir vielleicht einen schwarzen Smoking, schönen Anzug, schönes Hemd oder auch einfach ganz, ganz schlicht eine schöne Kette, Perlenohrringe oder was auch immer und du siehst einfach aus wie ein Snack. Wie ein Snack. Und das mit Make-up Passat-Drogerie. Ich bin super gespannt, welche Produkte ihr für euch aktuell in der Drogerie gefunden habt, die eurer Meinung nach besser als High-End Make-up sind. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und ich würde mich freuen, wenn ihr auch unbedingt bei Jepoda vorbeischaut. Dort könnt ihr natürlich aktuell auch noch mal eine Menge Geld sparen. Für mich ist es einfach die gemütlichste und einfachste Art und Weise, meine Hautpflegeroutine wirklich konsequent durchzuziehen. Denn nur mit Konsequenz habt ihr auch ein schönes Ergebnis auf eurer Haut. Deswegen schaut unten gerne vorbei. Ich verlinke euch alles natürlich, wünsche euch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald hier wiedersehen. Passt auf euch auf!